Kannste ja trotzdem gehen. Ja, ich habe ihn ja auch direkt am gleichen Tag noch vor die Haustür gestellt und ich habe einen von Lind genommen, weil der halt wirklich schön aussah und dann halt noch drauf stand, dass da immer was noch hinter der Tür steht. Und dann ruft die mich an, weil ich habe ja gesagt, ey, ich finde mein Feuerzeug nicht mehr, guck mal draußen, weil die auf der Treppe so mäßig so. Und dann ruft die mich an, das ist der Kalender von dir, aber ich habe ja gesagt, ja, hat sie sich dann gefreut, dankt, hat sie mir noch gesagt, wie die Tag war und sie sich dann wirklich nochmal die Tage meldet, wie es aussieht. Und auf einmal schreibt sie mir dann später, sie kann ihn nicht nehmen oder sie kann ihn nicht essen oder muss ihn jemand anderen geben, weil da fucking Gluten drin ist. Und da habe ich mich entschuldigt und habe mir gesagt, ähm, tut mir leid, ich habe nur gesehen, dass der von Lind ist, der gut aussieht und halt hinter der Tür was steht. Also dann hat sie einfach knallhart, also was heißt knallhartes? Das ist wahrscheinlich nett, aber der ist auch nicht trotzdem irgendwie ein bisschen verletzt. Und weil ich gesagt habe, sorry, ich habe nur gelesen, dass, ähm, ja, was Süßes hinter der Tür steht und da einfach nur schön aussah. Und da hat sie geschrieben, ja, das war irgendwie klar. Ja, die juckt es halt nicht so hot, wie es klingt. Das ist ihr scheißegal, Alter. Am besten musst du sie blockieren, um dich selber zu schützen. Ja, sonst schreibst du immer und mit der Antwort, die da kommt, bist du halt nicht zufrieden, wünschst du halt was anderes. Das musst du dich selber auch so machen. Scheiße. Ja, jetzt habe ich halt ein Gold verschenkt, egal. Habe ich halt ein Gold verschenkt. Ich habe auch Gold verschenkt. Asozial. Ich finde es halt wirklich einfach, weil, wie gesagt, unfair. Es ist auch unfair. Nein, guck mal, weil sie hat mir schon wirklich so oft geholfen. Wegen meinen Knie, war zum Arzt gegangen, war, mich für die Theorieprüfung anzumelden für meinen Führerschein. Das habe ich wirklich nur durch, also ich habe auch durch ihr mehr gelernt für meinen Führerschein. Habe ich dann auch wegen ihr dann auch angemeldet bei der Theorieprüfung. Ich habe auch gesagt, kümmer dich mal drum. Sie hat mir auch privat geholfen mit meiner Familie. Mit Rechnungen, hat gesagt, kümmer dich mal drum. Hat sich mit mir hingesetzt. Wo ich arbeitslos war, hat sie so ein erstes Mal den Lebenslauf in mir zusammengestellt. Hat Bilder von ihr gemacht. Und jetzt will ich einmal ihr helfen, einmal mir das Verlust geben, was sie mir gegeben hat. Und man darf nicht das nicht. Ich bin einfach nur unten. Man, ich habe auch komplett auf den Sack gekriegt. So hat er einen verfickten Partner. Juhu, boah. Also wenn es der eine hält, halt. Das weiß ich. Oh ja, der hat Partner, der eine. Der letzte. Den muss ich jetzt auch. Oh, den habe ich gespielt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Das war's für heute. Der hat dem Partner so ein Gold, als ob er immer ihn gekriegt hat. Wie kann man so ein Bastard sein, Alter? Der Geld. Der könnte gewinnen, Alter. Der macht so tiefer Blues auf den einen, der ist dann so immun. Alter. Das ist asozial. Das ist ein Ich bin ja selbst am Freitag auf der Arbeit. Ich habe mir überhaupt die Arbeit zu können. Ich habe mir das zu verdanken, dass ich meine Arbeit habe. Weil ihre Cousine ist mit jemandem zusammen, der in der Firma arbeitet und der Chef ist auch gleichzeitig sein Geschenk. Ich habe wieder verloren. Die YouTube-Music-App hat ein Mix für jede Stimmung. Ja, für jede einzelne. Hol die YouTube-Music-Premium. Die YouTube-Music-Premium. Das war's. Digga, mein Board sieht jetzt mega krank aus. Mein Board nicht. Was geht's? Ich weiß jetzt auch nicht, wie es für mich in den nächsten paar Wochen oder Monaten aussehen wird mit der Arbeit. Ich würde definitiv da bleiben, weil der Job ist gut bezahlt. Man braucht sich da nicht kaputt. Ich habe da so viele Möglichkeiten und die Menschen... Ich will ja wieder spielen. Ich will ja wieder spielen. Ich will ja wieder spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da kommt, wenn da raussehen wird. Aber Digga, jedes Mal, wenn ich dann den Christian sehe, das ist von Maren, ihrer Cousin halt sein Mann, muss ich mich dann bestimmt wieder an Maren erinnern. Oder einfach, wenn ich nur an die Firma denke. Oh shit. Dank dir bin ich überhaupt hier. Dank dir würde ich vielleicht meinen Führerschein früher haben. Dank dir voll. Dank dir. Dank dir. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ja. Ja, ich freue mich. Genau. Jetzt hast du selber in der Hand, was mit dir passiert hat. Das ist gut. Was ist das? Ich hab jetzt 3 Stück gerade gekauft. Was für 3? Alter. Wie langsam mein Spiel gerade ist, das geht's ja nicht. Und ein Staatsbesuch so. Politik ist voller Hintergrundgeräusche. Sprechen wir darüber. Aus Regierungskreisen. Der Podcast der Bundesregierung. Überall wo es Podcasts gibt. Ich krieg jetzt einfach 4 Frachen auf die Hand bei mir. Das ist geil. Guck mal, viele Karten sind schon gelevelt ab. Also Goldtag. Im Stück. Das ist schon krass. Ich hab M0. Ich hab noch 2 Zwillinge. Ich hab noch 2 Zwillinge. Ich hab noch 2 Zwillinge. Ich hab noch gegen die laiten. Ich hab noch 2 Zwillinge. Ich hab noch 2 Zwillinge. Ich hab noch 1 Vjeker auf dem Probe. Das war's für heute. Mann, ey. 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 Ach nein, schade, ich kipp die nur zweimal. Wieso habe ich denn das nur zweimal bekommen, ja? Bestimmt nicht. Ich erhalte am Ende jedes zweiten Zuges eine einfache OP benachbarte Tina aus. Ups. Oh. Oh. YouTube Premium ist YouTube ohne Unterbrechung. Plus Hintergrundwiedergabe. So kannst du Videos schauen beim Lesen, Suchen, Shoppen. YouTube Premium. Keine Pausen und so viel mehr. Ein Monat testen. Kostenlos. Benutzt. Hey! Bo planning Tenzin. I'm okay! Ich helfe die Haltung auf! Am speinzen uns in diecessionen Aufschrei. Das ist nicht so gut aus. Das ist nicht so gut aus. Ich denke, wieso ist der rausgegangen? Was sieht? Jetzt spielen wir endlich mal gegeneinander. Meist nicht. Ich muss jetzt gegen den Toten. Das ist nicht so gut aus. Schon wieder. Das ist nicht so gut aus. 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 Der Gegner sieht krank aus. Das sieht wirklich gut aus, jeder eine. Schlag ich ihn? Ja, schlag ihn mal. Schlag ihn glaube ich nicht. Ganz knapp hat er gewonnen. Das ist nicht so gut aus. 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 Wir haben einfach immer noch nicht gegeneinander. Wir wollen mal gucken. Ich will jetzt nicht sterben, bitte nicht. Nicht jetzt. Spielst du gegen die Gotte? Ja. Ja, der fickt dich. Ja. 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 Das finde ich nicht okay. Ja. 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 Digga, wie fett du bist. Ja. Ficken. Warum unschieden oder nicht? Ah, nee. Aber du lebst. Aber ich lebe nicht. Weißt du, du bist das selber auch fett. Und ich spiele gegen die Gatte, Digga. Nein. Eigentlich brauche ich was. Macht es hier Sinn, Dinge zu kaufen? Ich hoffe sehr. Digga, mein Eintracht hat 923 Attack. Das ist krass. Mann, hier liegen so zwei geile Dämonen und die werden jetzt gefressen, Alter. Ich habe jetzt auch Facecam an. Ich habe mir einfach eine Cap angezogen. Alles easy peasy, Alter. Das ist ... Fisch. Alter Fuckin' Mech oder was? Was ist denn mit dir falsch? Gewinnst du? Ja, okay, dann haben wir Finale, oder? Direkt erste Runde? Feine. Ah ne, der hat sich überliebt. Okay, dann halt noch nicht. Ja, ich hab gerade mit einer Unit gewonnen. Ja. Ja. Ich denke, mein Kracher hat 1.100 Dämmen stehen. Ich denke, mein Kracher hat 1.100 Dämmen. Ich denke, mein Drilling wird jetzt gefressen. Ich denke, mein Kracher hat 1.100 Dämmen. Ich denke, mein Kracher hat 1.100 Dämmen. Ich denke, mein Kracher hat 1.100 Dämmen. Der ist stark, Junge. Der muss sich jetzt richtig verarscht fühlen, Digga. Warum? Warum muss der sich verarscht fühlen? Digga, weil ich fand den schon richtig gut. Ja, war der auch. Wir sind halt alle 3 stark. Was will er machen? Ich denke, mein Kracher hat 1.100 Dämmen. 1.100 Dämmen. 5.100 Dämmen. Häh. Neu mal gucken. Deine sind eh viel zu fett. Oh nein, ich habe verkackt ein bisschen. Es werden nur zwei Stück gegessen. Oh, mal komm. Gottlack. 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 Ein entspannendes Gesicht. Die haben alle viel zu wenig angriffen. Okay. Die kommen jetzt alle überhandelt. Ja, bis jetzt mal der erste Mal. Jo. Ach, Digga, du hast auch diesen Huren so ein Ding. Oh, Digga. Töte mal so einen Großen zuerst. Ja, super. Töte ich mich drauf. Ah, ne, der kam zurück. Stimmt. Oh mein Gott. GG. GG. Stimmt, ich habe dir deine Fledermoste ausgekippt. Puh. Puh. Gute runde. Krass. Puh. 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 Gute runde. Puh.